Und damit herzlich Willkommen wieder zurück bei Predator Hunting Grounds in der Rolle des Predatoren Es ist eine Weile her, dass ich immer wieder ins Pet darf in der Rolle des Predators Denn es ist wirklich gerade der Wurm drin Man braucht ziemlich lange um eine Partie zu suchen Deswegen habe ich die letzten paar Runden immer als Fireteam gespielt Habe ich aber nicht aufgenommen Weil sind nicht immer ganz so spannend, wenn ich direkt am Anfang sterbe Standardmäßig, wir zeigen uns erstmal, damit die hier gleich erstmal wieder den Alarm auslösen Vielen Dank So, und dann heißt es für uns, auf die Suche gehen nach dem Fireteam Sehr gut Plan geht schon mal auf So Ah, da unten haben wir sie ja schon Da haben wir sie ja schon Wer suchet, der findet Und ich habe mich mal gesucht Na ja, nebengeballert Okay, den Johnny Das ist doch Arnie So, das ist der schon mal richtig schön eingefangen Und zack So, oh, den kriege ich Den kriege ich noch einmal, komm Yes Schnelle Killen daher Der Schädel ist mein So, dann wollen wir da mal gucken Wo ist der nächste Zack Der nimmt mich aufs Tor Und Da gibt es gleich erstmal einen Von vorn Und von hinten Und von der Seite So, ne Yep, da ist er Und Ja, Normalo muss da auch dran glauben Das passiert, Kollideralschäden Wo ist er denn? Ach, da unten Na, sieh mal an Zack Jawoll Okay Wir machen direkt mit dem Bogen erstmal platt Das habe ich mir im Internet abgeguckt Und Zack Da waren es nur noch zwei, würde ich mal behaupten, ne Und irgendwie kriegen die hier gut auf den Sack Also mein Plan trägt irgendwie Früchte So, den Kopf, den nehmen wir natürlich trotzdem mit, ja, ne Komm her, zack Ach, da drüben Ach, krass Er wurde von den Normalo-Gegnern hier niedergestreckt Vielen Dank Aber dein Schädel nehme ich trotzdem mit So Vielen Dank Und da war es nur noch einer So, wir gehen erstmal hier hoch Und dann muss ich mir eine dicke Heilung reinpfeifen So Aua Irgendwer Irgendwer nimmt mich hier aufs Korn Da drüben ist er Irgendwie sieht er mich, ne Okay Das ist ein Scharfschützer Das tut weh Ich muss hier auf jeden Fall weg Ja, da breche ich mal lieber die Heilung ab So, Freundchen Aber ich glaube ganz ehrlich Ich sollte mir die Heilung doch nochmal reinpfeifen Denn ich halte nicht mehr so viel aus So, wo bist du? So, wir bleiben auf jeden Fall in der Nähe Wo bist du denn? Na? Was? Irgendwie ist er weg, ne? Er ist weg Er ist weg Er ist weg Er hat entweder aufgegeben Oder er wurde von den Normalos niedergestreckt Ja, geil Dafür, dass ich jetzt ungefähr 30 Minuten gewartet habe Konnte ich jetzt hier innerhalb von wenigen Minuten eine Runde komplett durchziehen Und wir haben das Ding gut durchgezogen, würde ich mal sagen, ne? Ähm, geil Warteschlangenbonus Ja, ich hab dann einfach mal draufgestellt Scheißegal, wer ich sein darf Kommt her Ich will hauptsache zocken Vielen Dank fürs Zusehen, Leute Ich werde natürlich jetzt probieren Nochmal eine nächste Runde zu zocken Aber das wird wahrscheinlich dauern Von daher Bis zum nächsten Mal Ciao